Hallo SEO-Fan, willkommen zum Quick-Tipp. Ich vermute, du schaust das Video, weil du negativ von einem Google-Update betroffen bist. Was du jetzt tun kannst, erfährst du in diesem Video. Google macht regelmäßig kleine Updates oder Änderungen und Tests am Algorithmus. Und von Zeit zu Zeit gibt es große, sogenannte Core-Updates. Dabei werden die Suchergebnisseiten, die Serbs, richtig durcheinandergewirbelt. Wenn deine Seite von einem Update betroffen ist, dann siehst du das in Tools wie Sistrix. Die setzen dir nämlich Marker in deine Sichtbarkeitskurve. Mein erster Tipp, was du tun solltest, nichts. Warte erstmal ab. Manchmal folgen auf ein großes Update, das alles in eine Richtung verschiebt, kleine Gegen-Updates, welche die Dinge teilweise zurückdrehen. Sofort den Aktionismus auszubrechen, ist also keine gute Idee. Verschaffe dir trotzdem einen Überblick, was das Update für dich bedeutet. Stelle dir dazu drei Fragen. Sind relevante Keywords betroffen? Bekomme ich weniger Klicks? Gewinne ich weniger Conversions und Leads? Nur bei der Antwort Ja liegt ein Problem vor. Ich sage das so deutlich, weil viele Leute sich unnötig Panik machen. Ja, zusätzlich zum ersten groben Überblick solltest du genau auflisten, welche Seitenbereiche und Keywords Rankings verloren haben. Wie du den Rankingverlust analysierst, dazu gibt es zwei tolle Beiträge auf dem Seokratie-Blog, die ich dir unten verlinke. Meine nächste Empfehlung, gehe in die Recherche zum Google-Update. Ich nutze dazu Blogs, auch internationale wie Search Engine Land und SEO Roundtable, den Searchmetrics-Blog, den Systrix-Blog und Agentur-Blogs wie etwa SEO Südwest. Mache dir beim Recherchieren klar, was man bisher schon weiß über das Update. Welche Website-Typen sind vom Update negativ betroffen und welche profitieren? Gibt es Gemeinsamkeiten bei den GewinnerInnen und den VerliererInnen? Konnten SEOs schon Faktoren isolieren, die wahrscheinlich verantwortlich sind? Spoiler, einige Faktoren tauchen immer wieder in den Updates auf und die verrate ich dir jetzt. Erstens, deine Seite profitiert wahrscheinlich, wenn die Seiteninhalte eine hohe Qualität haben. Und dieser Punkt umfasst so vieles, von einzigartigen aktuellen Infos über genau recherchierte Inhalte bis hin zu guten Fotos statt wahllosen Stockbildern. Also einfach Inhalte, die Menschen mögen, die perfekt zur Zielgruppe und der Suchintention passen. Und zu den hochwertigen Inhalten gehören auch die EAT-Faktoren, also die Expertise, die Autorität und der Trust deiner Seite. Lies mehr über die EAT-Faktoren im Blogpost meiner Kollegin Maike. Ein weiterer Push-Faktor, die gute Bedienbarkeit der Seite auch auf Smartphones und dazu gehört auch die Ladezeit. Ja und negativ, ja negativ, wirkt sich das Gegenteil dieser Punkte aus, so wie alles, was irgendwie spammig ist, inklusive schlechter Backlinks. Meine nächste Empfehlung ergibt sich aus der kritischen Selbstbetrachtung deiner Seite, hinsichtlich der genannten Punkte, ich betone, kritisch. Stelle einen Plan auf, wie du Step-by-Step deine Seite verbesserst und setze deine Maßnahmen um. Ja, das war's schon wieder für heute. Wie ging es dir bei den letzten Google-Updates? Was hast du getan und hat's dir geholfen? Schreibe mir das in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Quick-Tipp.